Jo, und willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, da bin ich wieder. So, wir haben jetzt HALT, so, in der letzten Folge haben wir nicht viel gemacht, aber, so, ach, was ist los? Geh doch schlafen. Ja. Oh, jetzt habe ich vorhin vergessen, ein Thumbnail zu machen. Egal. Das machen wir dann gleich schon. So. Warum liegst du nicht in deinem Bett? Ja, so. Was ist mit dir? Du bist auch gleich wieder wach. Wie am Freitag, 2 Uhr nachts. So, dann kannst du gleich mal mit ihm hier ein bisschen kuscheln. Ein bisschen anfreunden. So, steh mal auf. Stopp. Du kannst auch gleich aufstehen. Hab ich dir dich froh, darüber. Katsching. So. Flirten. Machen wir mal hier ein bisschen schmeicheln und so, ne? So, mach mal. Hör im Kralen. Versuch das mal. Ja, will nicht, aber, äh... Das findest du gut, ne? Nochmal flirten. Schmeicheln. Hoffentlich ist... Dann machst du es doch besser, wenn du es kannst. Schmeicheln. Jetzt, mach. Fragen, Gelegenheitsgruppe. Naja, nix, Gelegenheitsgruppe. Gefällt dir, was du siehst? Ich würde mal sagen, erst mal ganz normal, bevor wir hier anfangen. Hör auf zu duschen, weil du brauchst nicht duschen. So. Reden, prahlen. Reden. Über Hobbys. Spiele. Spielen. Brand klatschen. Ah, das ist immer so schwer. Ich muss es zusammenzubringen. Ach. Plus 500, super. So. Geh bitte da hin. Oh. Ne, warte mal. Versuchen wir nochmal. Sim up checken. Boah, ey. Zwei solche Anspielungen. So, komm. Oh, vielleicht wird es jetzt umarmen. Freundschaftlich. Oh, geht doch. Küssen, freundschaftlich. Handkuss. Versuchen können wir es. Küssen auf Arm. Hör auf. Ah. Ja, dann macht, was er wollte. Boah, macht das aus. Macht das bloß aus, das Ding. Oh, gleich besser. So, du kannst dann jetzt mal hier eben. Bitte. Okay, jetzt habe ich mich aber selber erschrocken. Hey, 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 Penny, was? Hunger. Brauchst nicht duschen. Reste nehmen. Du hörst bitte auf. Kannst aber, hm, nimm das. Du kannst duschen. Geh duschen, habe ich gesagt. Dann kannst du nämlich dir auch einen Teller nehmen. Ach. Hier ist mal wieder nichts Spannendes. Aber egal. Wir rocken das schon. Außerdem, jeder hat seine eigene Spielweise. Und, ja. Ich mache das halt gerne so. Ein Benehmen, wie so ein... Ne, da sage ich gerade mal nichts zu. Aber egal. Komm, komm, ich hab mich dein Auto kaufen. Warte, wie viele Belohnungspunkte hast du eigentlich schon? Können wir da hinhängen. 4.000 Odelknudeln hätten. Die kann man sich hoch finden. Aber den will ich nicht. Wie viele Belohnungen? Acht war schon 6.000. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Hast du irgendwas im Inventar? Einen Tisch. Warum hast du einen Tisch? Egal, können wir hier hinstellen. Können wir eigentlich nicht hinstellen. Egal. Jo, 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 jo. Ich glaube, du musst arbeiten, oder? Ja. Tschüss. Oh, Quatsch, doch nicht ess. Da kannst du was hier aufräumen. Dann hätte ich eine Idee mit dir. Dann machst du bitte das Auto hier fertig. Dann können wir nämlich gleich mal irgendwo hin. Brausen. Und hör auf zu röpsen. Mann. Korga. Ja. Beeil dich mal mit dem Essen. Ne, 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 ne. Du machst das hier mal füllen weiter, mein Freund. Und hopp. Repariere dieses Auto. Richtig so. Fähigkeit. Das Auto muss hier tiptop sein. So. Auto aufholen lassen. Lackieren. Ja, okay. Das war's. So. Du gehst arbeiten. Ich spule vor. Und warte. Gehe von meinem Haus weg. So. Jetzt müssen wir das Auto nur noch lackieren. Und. Ja. Dann können wir damit wegfahren. Das sind diese Schrottautos. Ich kann mir natürlich auch normale Autos kaufen. Aber. Im Moment noch nicht. Wir haben zwar Geld. 44.000. Aber nein. Korka repariert Auto. Gott. Für die erste Folge habt ihr ja gesehen. Hab ich kein Soundmail. Aber egal. Den Kuss ab. Ja. Dann kommst du gleich nach Hause. Ich glaub um 14 Uhr war das, ne. Da muss ich hin. Ah um 15 Uhr. Okay. Danach kannst du. Ah in der Zeit. Kaufe ich euch mal einen Kaffee nachschneiden. Unterdessen. Da ist auch wieder schlecht. Ja toll. Egal. Ne. Warte. Da muss ich hin. Und da. Ich bin. So. Wollen wir die eigentlich prüfen. Egal. Ich kann mich nicht sauber machen. Ein klein rum basteln. Nein. Rumbasteln. Kannst du später mal machen. So. Aber das ist mal los. Kommt wieder los. So. Wer bist du? Melanie Junghans. Oder Younghans. Keine Ahnung. So. Aber wo bleibst du denn? Wir haben gleich 15 Uhr. Mach nochmal schneller hier. Da ist er ja auch schon. In der letzten Woche ist besonders passiert. Aber diese Woche wird besser. Dafür sorge ich. Du. Ich sorge dafür. Nicht du. Ich bin dein Chef. Du musst ja nur das machen, was ich dir befehle. Okay. Das ist ein bisschen fies gerade. Aber. Dann kannst du einen Kaffee machen. Aber erst mach das. Rumbasteln. Solange die Leute da keinen Schock kriegen, wenn sie reingehen, mach schneller. So. Ich habe schon gesagt, es passiert ja nichts Besonderes in der Folge. Ja. Benjamin Singer ist kein Familienfreund mehr. Warum? Weil er dich da nicht anfängt. Hallo. Reparieren. Ach Mann. Jetzt war das Ding sogar noch kaputt. Ich glaube da nicht. Ja. Kann Korra gleich machen. Kannst mal anrufen. Ist denn? So. Ich wundere mich, dass das Wasser da nicht ausläuft. Aus dem Whirlpool. Ach komm. Möchtest du? Warum spielst du das eigentlich nicht gleich? So. Korra. Ja. Ja. Boah, wie war der ein Hass auf dir hat, ey. Ähm. Möchtest du? Stimmt. Es ist viel zu sonnig. Ich würde verbrennen, tut mir leid. Aber ich kann jetzt nicht mit dir. Ich wollte eigentlich mit dir plaudern, aber egal. So. Dann kannst du den Espresso machen und dann kannst du das reparieren. Du kannst, weil du eine Hausfrau bist, äh, abspülen. Weil du eine Hausfrau bist. So. Oh, was klingelt denn, äh, was machst du überhaupt? Zubereiten, den brauchst du gerade nicht. Aber doch kannst du den mal hier abheben. Kann ich Korra sprechen, oder so? Weiterzubereiten. Ja, so meine Lieben, ich würde sagen, das war's von jetzt. Weil, von dieser Folge, ich wollte zweite Folge sagen, von dieser Folge. Und wir sehen uns morgen bei Familie Reich wieder. Und, joa. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Und ich bin aus. Tschüss.